Untertitelung des ZDF, 2020 Dann gebe ich mein Bestes, ihn auszubilden Beschäftigt euch etwas? Natürlich Naja, ähm... Ihr wisst, was ich meine Sieg gegessen, nie im Winter an einem Laternenmast geleckt Jetzt macht ihr euch über mich lustig Lustig über meinen Waffengefährten? Nichts läge mir ferner So sagt mir, habt ihr je im Winter an einem Laternenmast geleckt? Du Buffsäcke Ähm... Wie geil! Ähm, nein, ich habe noch nie im Winter an einem Laternenmast geleckt Gut Soll ziemlich schmerzhaft sein Einer der jungen Anwärter hat es wegen einer Wette mal gemacht Und wurde ziemlich ausgelacht Aber das ist menschlich Ich selbst habe es auch noch nie gemacht Also, natürlich habe ich darüber nachgedacht Aber... Ihr wisst schon Oh, Mann Nun Oie, oie Oie, oie Hattet ihr nie Gelegenheit dazu? Nun, das Leben in der Kirche eignet sich nur bedingt für wilde Jungs Mir wurde beigebracht, ein Kavalier zu sein Auch nicht schlecht, oder? Nun, klingt nach einer Ausrede Ich will ja nichts überstürzen Es könnte immerhin sein, dass wir gar nicht überleben, was jetzt auf uns zukommt Genug Ich will darüber nicht länger sprechen Gehen wir Hau, Mann, Alistair dagegen Das klang auch etwas Beschäftigt euch etwas? Naja Sagen wir mal Flirtend Was verändert sich nach dem Beitritt? Ihr meint, außer dass man ein grauer Wächter ist? Ihr seid schon länger ein grauer Wächter als ich Hm Wisst ihr, das habe ich Duncan auch gefragt Und er hat gesagt Wart's ab Hm, das scheint mir recht grausam zu sein Duncan will es nicht etwa geheim halten Aber die grauen Wächter reden einfach nicht oft darüber Es ist wohl kein sehr angenehmes Thema Als erstes fiel mir auf, dass mein Appetit sich steigerte Ich stand mitten in der Nacht auf und räumte die Speisekammer leer Ich dachte, ich müsste verhungern Ich habe alles runtergeschlungen, als wäre es mein letztes Mal Bis mein Gesicht ganz verschmiert war Die anderen grauen Wächter haben mich angestarrt Und dann Tränen gelacht Hm, nun Es war also ein Witz Mehr eine Art Einführung Sie hatten das alle auch durchgemacht Oh, und dann kamen die Albträume Duncan sagte, das gehöre zu unserem Gespür für die dunkle Brut Wir nehmen teil an ihrem Ich weiß nicht, wie man es nennt Ihrem Gruppengeist Und wenn wir schlafen, wird es schlimmer Nach einer Weile kann man es verdrängen Aber am Anfang ist es hart Während einer Verderbnis soll der Beitritt besonders schlimm sein Wie ist es bei euch? Nun Albträume Ja, ich weiß, wovon ihr sprecht Manche haben kaum Probleme damit, aber das ist selten Andere können nie wieder richtig schlafen Die sind eben empfindlicher Das Ende ist aber für alle gleich Ab einem gewissen Alter kommen die richtigen Albträume Dann weiß ein grauer Wächter, dass seine Zeit abgelaufen ist Nun, wovon sprecht ihr überhaupt? Oh, stimmt ja Wir hatten nie genug Zeit, um euch den Teil zu erzählen, richtig? Nun, neben den vielen wunderbaren Vorteilen, die man als grauer Wächter hat Müsst ihr euch auch keine Sorgen über das Alter machen Ihr habt noch 30 Jahre zu leben Mehr oder weniger Die Verderbtheit ist ein Todesurteil Am Ende kann euer Körper die Belastung nicht mehr ertragen Warum Orsamar? Unten, wo die Zwerge sind, gibt es immer dunkle Brut Die alten grauen Wächter gehen in die tiefen Wege und schlagen dort ihre letzte ruhmreiche Schlacht Bei einer Verderbnis herrscht zwar kein Mangel an dunkler Brut Aber so lautet die Tradition Die Zwerge respektieren uns deshalb Ihr wolltet doch wissen, warum wir neuen Rekruten nichts über den Beitritt erzählen Jetzt wisst ihr es Der Preis dafür scheint mir sehr hoch zu sein Das ist er auch Aber wir sind die einzigen, die die Verderbnis aufhalten können Kann der Preis dafür überhaupt zu hoch sein? Wisst ihr, Duncan hat seit kurzem solche Albträume Er hat es mir gesagt, im Vertrauen Er wird in absehbarer Zeit selbst nach Orsamar gehen müssen Letztlich wollte er es zwar so Aber ich hätte ihm doch gewünscht, dass es seiner würdiger wäre Hm Er gerät nicht in Vergessenheit, Alistair Und die anderen auch nicht Ich weiß Die Verderbnis beenden Das sollte all die Opfer wert sein, richtig? Ja, so in etwa Gibt es noch etwas? Nun, wie war es ein gravisches Design zusammen mit den anderen? Ich kannte sie nicht lange, aber doch länger als ihr Ihr habt nicht einmal alle kennengelernt, oder? Ein seltsamer Haufen Es war wie eine Familie im weiteren Sinne Weil wir alle mit unserem vorherigen Leben abgeschlossen hatten Und wir haben mehr gelacht, als man vermuten möchte Einmal Aber ihr wollt sicher keine Geschichten über Männer hören, die ihr nicht einmal kanntet Nun Gab es unter ihnen auch Zwerge? Zur Zeit meines Beitritts gab es einen Er hieß Kerrek Er gehörte zu den Ältesten und ging nach Orsamar, bevor die Kunde von der Verderbnis kam Wirklich zu schade Kerrek sagte, er wolle nicht zurück Er wollte im Kampf gegen die Dunkle Brut an der Oberfläche sterben Es gab einen grauen Wächter, der direkt aus Anderfels kam Wie hieß er noch gleich? Gregor? Gregor? Ein kompakter Mann mit dem größten und dichtesten Bart, den ihr je gesehen habt Und er konnte trinken Er trank ständig, war aber nie betrunken Schließlich sind wir alle gegen ihn angetreten Um herauszufinden, nach wie viel Krügen er unter dem Tisch liegt Ihr hattet wohl viel Spaß Manchmal Wir waren wie Brüder Alle hatten den Beitritt hinter sich Wir wussten also Es muss ja auch nicht immer todernst zugehen Jedenfalls haben wir es nie herausgefunden Er sagte, er tränke einen Krug für jeden halben Krug, den einer von uns trinkt Als wir alle schon umgefallen waren, trank er immer noch Angeblich stieß Duncan später dazu und sah uns, wie wir alle schlafend in der Halle lagen Während Gregor immer noch trank Duncan lachte, bis er beinahe Bis... Es tut mir leid, das ist sicher schwer für euch Ja, das ist es wohl Ich dachte, ich sei darüber hinweg, aber Mir fiel gerade ein, dass ich kein Erinnerungsstück an Duncan habe Gar nichts Ich hätte gerne etwas von ihm gehabt, das ich bei mir tragen kann Das klingt sicher ziemlich dumm für euch Nun Ihr habt eure Erinnerungen an ihn Ich hätte einfach nur gerne etwas von ihm gehabt, das ich bei mir tragen kann Aber es bringt ja nichts darüber, jetzt zu wehklagen Er ist fort Lasst uns gehen So Ich möchte etwas wissen Und zwar eure Meinung über einige unserer Reisegefährten Habt ihr etwas dagegen? Nun... Nur zu, das macht mir nichts aus Was ist mit Stan? Wie er mich ansieht mit diesen Augen Unheimlich Und er ist so still dafür, dass er so groß ist Nun... Es gibt keinen Grund, Angst vor Stan zu haben Ich weiß Je mehr ich mit ihm spreche Der Kunari ist Nur schwer fassbar Für mich zumindest Was ist mit Liliana? Ist sie verrückt? Oder glaubt ihr wirklich an ihre Vision? Nun... Es könnte wahr sein Wer sollte darüber befinden Vielleicht habt ihr recht Sie konnte ja nicht wissen, dass wir dringend Hilfe benötigten Und dennoch war sie plötzlich da Mir ist aufgefallen, dass ihr und sie einander näher gekommen seid Habe ich recht? Die anderen reden auch schon darüber Nun... Nein, ihr errt euch Oh... Ihr lügt Aber bitte... Ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll Wenn man sie betrachtet, während sie sich unbeobachtet fühlt, wirkt sie... So traurig Ich fühle mich fast schuldig, sie ihrem Leben entrissen zu haben Nun... Es war ihre Entscheidung Ja, ich weiß Dennoch habe ich Mitleid mit ihr Morrigan Vertraut ihr ihr? Bedenkt doch Vielleicht hat Flemeth sie uns aus einem anderen Grund mitgeschickt Als dem, den sie uns gesagt hat Nun... Ihr mögt einander wirklich nicht, stimmt's? Abgesehen davon, dass sie durch und durch ein Miststück ist Nein Ich mag sie überhaupt nicht Warum? Ihr? Nun... Sie und ich haben eine Beziehung Na toll Sie hatten also recht Naja Es ist euer Begräbnis Genug davon Meine Neugier ist gestillt Gehen wir zurück an die Arbeit, ja? So, wir waren Ehrlich zu ihm und haben den Plot, die nächste große Konstitution bekommen So, dann Beschäftigt euch etwas Noch eine Runde Natürlich Gibt's noch was? Nein, gibt nix Alles klar Dann hauen wir noch schnell Liliana eine Runde an Ich mag die Nächte im Lager Ich empfinde die Nacht immer als weitaus friedvoller und sicherer Nun, seid was dann, dann müssten wir relativ sicher sein Die Nacht gönnt uns Abstand von der Unbill des Tages Ähm, hin und wieder haben wir alle das Recht auf ein wenig Albanheit Ich genieße die Nächte, in denen wir gemeinsam Wache halten und uns zum Zeitvertreib unterhalten Also, meist rede ich und ihr hört zu Manchmal werde ich müde und nicke ein Und wenn ich aufwache, seid ihr da und habt die ganze Zeit auf mich aufgepasst Oh man Ich wäre ein schlechter Anführer, wenn einer von euch während meiner Ware getötet wird Ich will damit nur sagen, dass ich euch vertraue Ich fühle mich in eurer Gegenwart wohl Ich weiß, ihr werdet da sein, wenn ich euch brauche Ihr seid unser Anführer und wir sind befreundet und Manchmal denke ich, wir könnten mehr sein als das Oh, Herr Bauer Sieh nur, wie ich über meine Worte stolpere, wie ein dummes Bauernmädchen Ich bin schon eine tolle Bardin Nun, das ist jetzt ein Problem Ähm Wir sind mehr als freundlich, doch, das wäre ja offensichtlich Hm, schlecht Ihr seid süß, wenn ihr verlegen seid Auch schlecht Ja, seht euch vor, bevor es noch peinlicher wird Schlecht Wechselt nicht das Thema Nehmen wir das Also, mehr kann ich nicht sagen Meine Gefühle liegen offen vor euch Ihr seid für mich etwas ganz Besonderes Nun Ich mag euch wirklich, Liliane, aber wir sollten Freunde bleiben Freunde? Ja, Freunde Ich verstehe Also, ich meine Sicher, warum sollten wir keine Freunde bleiben? Nun Es gibt jemand anderen in meinem Leben Ja, ich Ich verstehe Völlig klar Es geht um euch, nicht um mich Ich Sollte jetzt gehen Ah, die Arme Oh, aber sie hat es positiv aufgefasst Man sieht die Sterne Eine klare Nacht zum Beispiel Her Erzählt mir die Geschichte Vor langer Zeit lebte ein schönes Mädchen namens Alindra Sie hatte viele Verehrer, wies aber alle zurück, weil sie sie nicht liebte Eines Tages saß Alindra an ihrem Fenster im Schloss ihres Vaters Sang und träumte, als ihre herrliche Stimme die Aufmerksamkeit eines jungen Soldaten erregte Von ihrem Lede verzaubert, näherte sich der Soldat Alindras Fenster Als ihre Blicke sich trafen, verliebte er sich sofort in sie und sie sich in ihn Als Alindra ihrem Vater erzählte, welchen Mann sie erwählt hatte, wurde er zornig Denn Alindra war von hoher Geburt, ihr Geliebter jedoch nur ein einfacher Soldat Um sie zu trennen, sperrte er Alindra in den höchsten Turm seines Schlosses Und schickte ihren Soldaten in den Krieg Nach weniger als einem Monat erreichte Alindra die Nachricht, dass der Soldat gefallen war Alindra, ganz allein in ihrem Turm, weinte um den Geliebten Und flehte die Götter an, sie aus dieser grausamen Welt zu erlösen Ihr Flehen war so inbrünstig, dass es die Götter bewegte Sie umfingen Alindra mit ihren Armen und brachten sie hinauf in den Himmel, wo sie zum Stern wurde Die Götter erhoben auch die Seele von Alindras Geliebten in den Himmel Und dort ruht er nun, neben ihr Die Sterne zwischen ihnen sind der Fluss aus Alindras Tränen, die sie um ihre verlorene Liebe weinte Man sagt, wenn Alindra genug geweint hat, kann sie den Fluss überqueren Und ist dann wieder mit ihrem Soldaten vereint Wow, das ist eine schöne Geschichte Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten, weil sie von einer Liebe erzählt, die so groß ist Dass sie den Tod überdauert und sogar die Götter rührt Manchmal frage ich mich, ob es so eine Liebe gibt, überhaupt geben kann Nun, hm Wenn wir die Hoffnung an die Liebe verlieren, sind wir wirklich verloren Ich hätte nie erwartet, dass ihr so etwas sagt Es ist eine angenehme Überraschung Warum ist es eine Überraschung? Ihr habt eine gewisse Strenge an euch Es ist schön, dahinter Gefühle zu spüren Vielleicht solltet ihr eure sanftere Seite öfter zeigen Wenn man dem Herz folgt, statt dem Verstand Gelangt man bisweilen an erstaunliche Orte Interessant Ihr seid also immer noch mit Morrigan zusammen Sagtet ihr nicht, sie würde euch nichts bedeuten? Hä? Was soll das überhaupt? Ihr sagt mir, ihr mögt mich, dass ich euch etwas bedeute Und dann nehmt ihr sie an eure Seite Das ist Morrigan und mir gegenüber nicht fair Habt ihr zu ihr das gleiche gesagt wie zu mir? Ich bin jetzt total verwirrt Ich bin jetzt total verwirrt Habt Wir haben ihr nie irgendwas gesagt A verfluchte Axt Äh Was Was nehm ich denn jetzt? Komm ich aus dem Schlamassel wieder raus Ich nehm das letzte Er weist mir nur ein wenig Respekt Er weist uns ein wenig Respekt Bitte Äh Ihr seid beide wunderbar Und ich respektiere euch beide Auch wunderbare Leute haben ihre Grenzen Mir liegt etwas an euch Mehr als ich sagen kann Aber Ich Ertrage es nicht euch ständig zu ihr gehen zu sehen Das ist bitter Äh Äh Ich bin verwirrt Äh 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 Dann nehm ich das letzte Weil eigentlich wollte ich das Nicht machen Tun Wollen Dann nehm ich das Ich Verstehe Dann ist das eure Entscheidung Ich Verstehe Entschuldigt mich Ich Muss jetzt eine Weile allein sein Totally Verwirrend Kann ich euch irgendwie helfen? Ja? Weil eigentlich Wollte ich von ihr ja Jetzt irgendwelche Geschichten hören Und nicht Also jetzt muss ich nochmal kurz mit Morrigan reden Jetzt bin ich verwirrt Ich hab nie irgendwas gesagt Das Also Hä? Ich kam das Spiel jetzt da drauf Wir lagern Es kann also gerne auch Hm Gut Da gibt's nix neues An der Front Dann ist das mal geklärt Wir haben auch Morrigans Ring bekommen Mit dem wir immer gefunden werden können Da haben wir unseren Hund Vielleicht gibt's da noch ein paar schöne Dialoge Anscheinend nicht Oder? Ne Schade Ne Runde streichen Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Platz Bis dann Leute Wir haben mich gerade Ich bin .